sali and welcome to another no it's the first it's the first blueprint showcase on this channel glaube ich ich weiß es gar nicht egal erste blueprint und zwar zeche zollverein und zwar benutzernahme the one the only unsere meister der sequencer the master of disaster and sequences yeah and zeche zollverein created for the channel 5 gaming wide skin contest yep can recommend go to the discord from channel 5 gaming and participate you can do a little wide skin contest i think the deadline is eight or nine i don't know auch darunter 9 augustis deadline vom contest wäre cool da auch mitmacht egal also der herr benutzer name schreibt ganz viel zeug und was ich vorlese ist die story und danach zeige ich einfach die show vom weit skin und das war es das wird ein relativ kurze präsentation heute deswegen bedanke ich mich auch schon mal fürs zusehen i already say thank you for watching because i will show the right afterwards the show of the rights and that's it pretty short video today so the story we thought about how to make more money i meant how we could make the zeche zollverein even more interesting a friend of ours who studied marketing for half a semester some time ago said it would be good if we build an amusement ride so we did that we received the ride very cheaply since there was since there were said to have been a few accidents but we used the best replacement parts we could get for free so we think the ride is safe benutzernamen bildet so may be safe somehow our lawyer advised us to say we accept no liability but that's probably just bureaucracy and anyway no risk no fun we don't think that something bad can really happen in any case we look forward to you with it ja das war es auch schon in dem sinne sage ich mal enjoy the show genießt die show danke dass ihr da wart ich wünsche euch ciao zahme viel spaß dabei bye ja das war es auch schon in dem sinne sage ich kann sie nicht mehr so we can ja das war es auch schon in dem sinne sage ich kann sie nicht mehr so we can ja das war es auch schon in dem sinne sage ich kann sie nicht mehr so we can Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020